Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin nicht allein und zwar habe ich hier die Tara mit in meinem Video. Sie ist vom Kanal TamTamBeauty. Im Kanal werde ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox setzen. Also ihr müsst auf jeden Fall bei ihr vorbeischauen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Die Sarah wird mir jetzt einen Witz vorlesen. Ein Möchtiger Witz. Und mal gucken, wer von uns lacht und dann machen wir es mit Pumpen. Keine Ahnung, der Gewinner kriegt die Hosen. Okay, also Atomwissenschaftler. Keiner lacht, alle strahlen. Ich glaube bescheuert. Okay, eigentlich ist es gar nicht lustig. Ich habe selber gelacht, aber total behindert. Also, das ist voll nicht witzig eigentlich. Okay, ich gebe es dir mal rüber. Ich lese es nicht. Was sind die teuersten Tomaten der Welt? Geldautomaten. Ich habe gehört. Ich habe es gehört. Ganz leise. Manche machen es auch mit Wasser im Mund. Boah, nee. Woher hier nicht ist, dass das Mikro steht da hier. Sonst geht es noch kaputt. Ja. Ähm. Sitzen zwei Leute im Stehcafé. Das ist so dumm. Ich kann es nicht. Ich habe es schon eine Milliarde mal gehört. Ich kann nicht auch. Also, ich finde, der beste Flachsatz ist, zweit treffen sich einer. Kommt nicht. So weit treffen sich einer. Komm, komm, komm. Kommt ein Reh zum Arzt und sagt, Sie müssen mir helfen. Ich habe Haarausfall. Sagt der Arzt, da sind sie bei mir falsch. Sie müssen in eine Reha gehen. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Also, es steht minus 10 zu minus 10. Ich muss erst mal meine Backuier entspannen. Ich habe ein Brot angerufen und es war belegt. Ey, wer findet eigentlich solche Witze? Also, das ist total gescheuert. Oh, es war belegt. Boah, der ist so gut. Und ich habe mir gerade vorgenommen, mich zu lachen. Aber, okay, mal gucken. Wie heißt ein Opa, der eine Uhr trägt? Ein Ur-Opa. Das ist ja mein Opa. Mein Ur-Opa, der trägt auch mal eine Uhr. Was ist, wenn er zwei Uhr trägt? Mein Ur-Ur-Opa. Was schwimmt in einem See und fängt mit Fett an? Seid mal. Nein. Bei N. Der ist dumm, oder? Der ist voll dumm. Oh, mein Gott. Okay, ich habe auch viele Mädels. Sagt ein Baum, könnte ich nur riechen. Aber der sagt halt, was doch? Oh, die bescheuert. Übertrieben. Der war nicht gut. Ne, der war echt nicht gut. Wer beim Metzger klingelt, muss sich nicht wundern, warum kein Schwein aufmacht. Okay, der ist so semi-nustig, aber er ist schon witzig. Egal wie du fährst, Züge fahren und Güter. Hä? Züge fahren und Güter? Check ich gar nicht. Den gut und den bester, weißt du? Das haben die, glaube ich, damit gemeint. Hä? Ich finde es überhaupt nicht lustig. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Guck mal, Cola. Nordpole. Oh! Nordpole. Aber das passt gar nicht, oder? So, naja. Nordpole. Ach so, jetzt habe ich das erst verstanden. Nordpole. Also, Pol. Ja, ja, Nordpole. Okay, ich bin so seuer. Ja, wir machen mal ein Fortschermann. YouTube-Red-Self-Essen. Egal. Okay. Blumen mit Zebra. Was ist der Unterschied zwischen einem Kirchturm? Was ist der Unterschied zwischen einem Kirchturm? Müsste da nicht nach was kommen? Okay. Ja. Je höher, desto ding noch. Voll bescheuert. Im Klo, okay, das kenne ich. Was ist rot und steht auf dem Klo? Eine Klo-Mate. Was ist grün und springt vom Tisch? Frosch. Ein Fruchtsalat. Oh, voll blöd, ey. Voll nix. Voll rüber kurz gehen. Oh, wir haben so wenig geschlafen. Egal. YOLO. Hallo? Nein. Keine Schlafe. Ich ne. Kriegen sich zwei Schafeln in die Wolle. Ich würde gar nicht lustig. Darum können Schlümpfe nicht backen? Weil sie Gargamel haben. Gargamel. Verrücktes Mehl. Gargamel. Mama hat es ja nicht früher so geil geguckt. Ich auch. Egal. Sag die 0 zu der 8. Schicker Gürtel. Schick der nicht. Ich auch nicht. Sag die 0 zu der 8. Schicker Gürtel. Aus was ist das Haus Gottes gebaut? Das ist geil. Aus Jerusalem. Ja, das ist nicht schlecht. Was ist klein, grün und dreieckig? Das kleine, grüne Dreieck. Was ist grau und dreieckig? Was ist klein, grün und dreieckig? Das kleine, grüne Dreieck. Ja. Was ist klein, grau und dreieckig? Das kleine, graue Dreieck. Der Schatten vom kleinen, grünen Dreieck. Boah. Treffen sich zwei Pilze. Sagt der eine Hallo. Sagt der andere halt Small. Pilze können nicht reden. Wie nennt man einen Mann, der aus dem Fenster geht, ob es regnet? Das ist scheiße. Regenschauer. Der ist voll bescheuert. So ein Sippenstift an den Seelen. Hab ich? Hier unten. Mano. Sagt der Wallfisch zum Thunfisch. Was sollen wir nur tun, Fisch? Sagt der Thunfisch zum Wallfisch. Du hast die Wallfisch. Behinderat wirklich. Du hast die Wallfisch. Oh. Aber der war süß. Sagt der Wall zum Thunfisch. Oh. Wer trägt den ganzen Tag eine Brille und sieht trotzdem nichts? Keine Ahnung. Überleg mal. Kloschüssel. Hallo. Ach so. Falls ihr noch irgendwelche Flachwitze kennen solltet, schreibt sie uns auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Da haben wir vielleicht wieder was zu lassen. Ja. Irgendwie bin ich jetzt schon abgehärtet gegen diese komischen Flachwitze. Irgendwie fand ich das gar nicht mehr so lustig, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Am Anfang war es dann doch so ein bisschen spaßiger. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Und ja, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut das noch auf jeden Fall. Sie ist wirklich einer meiner liebsten YouTuberinnen und ich bin total froh, dass wir uns so gut verstehen und jetzt auch noch zusammen Videos drehen konnten. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Videos von uns beiden sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann wissen wir beide nämlich Bescheid. Und ja, wenn nicht, dann tue ich doch runter. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.